Aber ich glaube, vom Regenbogen bekommt man nicht viel mit. Dann nimm doch nur eine Hälfte. Nee, aber das sieht man nicht. Das sieht man nicht. Nee, doch, das sieht man schon. Ich hab mal gehört, man kann Regenbogen nicht fotografieren. Wollt ihr zusammen oder getraint? Ja, ich hab zusammen. Okay. Nee, man sieht ihn schon, aber man sieht ihn schlecht, weil der Kontrast... Okay, steht ein bisschen näher zusammen. Nicht zu viel rumlaufen, bitte. Nicht zu viel rummachen. Und nicht zu viel...